Der fahrt dann mit dem Archativen und Rana und Rana Du wirst jetzt nicht gelassen Ja was Ach Ich hab bisschen Dach 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 Ach vorne Ich will einfach nur sein Lauch So hard to touch So hard to touch Ja, nicht so. So far you will be? Nein, du nicht. Alter! Juu, wirklich! So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich hatte eine unfassbar schöne Woche. Es war wirklich richtig schön. Ich konnte endlich wieder surfen. Ich habe an die Kerze meine Oma gezogen. Ja, ich habe wirklich viel erlebt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos. Und ich bin gut erholt. Am Mittwochstart ist es dann wieder gut in die Schule, hoffentlich. Auch wenn ich mich nicht darauf freue. Ähm... Ja... Ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Auch wenn ich am Anfang traurig war, von Flo wegzufahren. Weil Flo ist einfach irgendwie meine zweite Heimat geworden. Weil ich da von groß auf war. Also von klein auf, nicht von groß auf. So heißt das glaube ich. Und... Ja... Wir hatten auf jeden Fall auch viel Spaß, die man gesehen hat. Und... Ja... Ich hoffe euch hat der Vlog gefallen. Und... Morgen kommt noch ein Video, wo ich meine... Ähm... Sachen zeige, die ich gekauft habe. Noch... Im Anschluss. Und... Ja... Ich hoffe es hat euch gefallen. Und... Bis... Morgen. Ja... Tschau! Geht einfach find. Duけ man an Diet, es geht selber los. Je weiß es so natürlich. Geradeihil offices. Silber however... Weil du dich bist is. Weil du dich nicht mehr ist. Übersber auch tended zu gehen wir uns wissen." Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020